In diesem Video gebe ich euch die wichtigsten Infos zum Thema Krankenversicherung rund um deine Ausbildung, sodass jeder und jede von euch den Durchblick behält. Das ist nämlich die Versicherung, die ihr als Auszubildende auf jeden Fall haben müsst. Ich habe dafür mal die Experten der Heimat Krankenkasse um Rat gefragt. Da kannst du dich übrigens auch als Azubi versichern, aber dazu später mehr. So habe ich jedenfalls einen richtig guten Überblick bekommen und das hat echt geholfen. Das Ganze ist nämlich schon ein bisschen tricky. Eine richtig individuelle Beratung, die wirklich alle Fragen beantwortet, kann ich dir natürlich leider nicht bieten. Sorry, dafür ist das Thema einfach zu wichtig und jeder Fall irgendwie anders. Ich gebe dir aber super gern ein paar allgemeine Tipps, die dir bestimmt schon weiterhelfen. Ich sage auch immer, wann du bei welchem Step aktiv werden musst und wann etwas automatisch abläuft und du dich also nicht selbst kümmern musst. Ich fange aber erstmal mit vier Fakten zu Versicherungen an, die du dir auf jeden Fall merken solltest und auf die ich später auch nochmal genauer eingehe im Video. Bevor es losgeht, abonniere uns natürlich auf Instagram und auf YouTube und verpasse so keine News mehr rund um deine Ausbildung. Tipp Nummer 1. In Deutschland gibt es eine Versicherungspflicht. Heißt, jeder Bürger sollte krankenversichert sein. Also auch du als Auszubildender. Sei froh, so übernimmt die Krankenkasse die Kosten, wenn du krank wirst. Zumindest die meisten. Also Kosten für Behandlung, einen Krankenhausaufenthalt oder Medikamente. Zweitens, als Azubi bist du mit ein paar Ausnahmen nicht mehr über deine Eltern versichert. Du kannst zwar bei der gleichen Versicherung bleiben, musst dich aber mit Beginn der Ausbildung selbst versichern. Genauso gut kannst du dir aber auch eine andere Krankenkasse suchen. Wann sich das lohnt, erkläre ich dir später. Wieder mit Input von der Heimat Krankenkasse. Dritter Fakt, du musst dir keine Sorgen machen, wenn du es verpeilt hast, dich um eine Krankenversicherung zu kümmern und deine Ausbildung heute startet. Wenn du nicht selbst aktiv wirst, kümmert sich dein Arbeitgeber um deine Versicherung. Er meldet dich dann automatisch bei der Krankenkasse an, bei der du bisher familienversichert warst. Viertens, für deine Krankenversicherung zahlst du als Auszubildender natürlich Geld, aber nur indirekt. Die Versicherungsbeiträge werden dir nämlich automatisch vom Gehalt abgezogen. Das waren schon mal vier Facts zur Versicherung, die du auf dem Schirm haben solltest. In den nächsten Minuten erkläre ich dir nacheinander, wie du als Schüler zwischen Schulabschluss und Ausbildung und als Auszubildender krankenversichert bist. Gehst du noch zur Schule, musst du dich eigentlich um nichts selbst kümmern. Praktisch, oder? Deine Versicherungen laufen nämlich alle über deine Eltern, also auch deine Krankenversicherung. Normalerweise bist du als Kind in der gesetzlichen Krankenversicherung kostenlos über die Familienversicherung mitversichert. Es kann auch sein, dass du entweder privatversichert oder aber schon eigenständig gesetzlich krankenversichert bist, weil deine Eltern in der privaten Krankenversicherung sind, aber dazu gibt's gleich mehr. Die Zeit zwischen Schule und Ausbildung ist irgendwie so ein komischer Schwebezustand. Einige von euch müssen nur ein paar Wochen überbrücken, bei anderen sind es mehrere Monate. Ich gebe dir erstmal Entwarnung. Die Experten von der Heimat Krankenkasse haben mir versichert, bis zu deinem 23. Geburtstag kannst du normalerweise in der Familienversicherung bleiben, wenn du noch nicht erwerbstätig bist, also nicht zu viel verdienst. Ein Minijob ist okay, aber du darfst im Monat nicht mehr als 450 Euro verdienen. Es darf nur dann mehr sein, wenn deine Beschäftigung nicht länger als drei Monate dauert. Übrigens, Krankenkassen fragen sowas wie berufliche Tätigkeiten der Kinder regelmäßig bei den Versicherten ab. Deine Erziehungsberechtigten haben bestimmt schon mal so einen Fragebogen beantwortet und es kann sein, dass die dann eine kurzfristige Beschäftigung zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn als berufsmäßig beurteilen, also du als erwerbstätige Person eingestuft wirst und dich somit selbst versichern musst. Vielleicht willst du dir nach der Schulzeit erstmal ganz bewusst eine Auszeit nehmen, in ein paar Jobs reinschnuppern oder etwas herumreißen. Das ist alles auch voll in Ordnung. Auch dann kannst du unter der Bedingung, dass du nur ein Taschengeld verdienst, über die Eltern versichert bleiben. Lass uns mal ein paar Szenarien durchspielen. Sagen wir mal, du überbrückst die Zeit mit mehreren unbezahlten Praktika. Na klar, auch dann kannst du in der Familienversicherung bleiben. Anders ist es beim Freiwilligendienst wie FSJ, FÖJ oder Bufdi. Da kriegt man meistens eine kleine Vergütung und wird über den Träger krankenversichert. Der übernimmt dann die Versicherungsbeiträge komplett für dich. Von deinem Taschengeld wird also nichts abgezogen. Gehst du nach dem Abi für eine Zeit ins Ausland, für Work and Travel oder so, kommt es auf das Land an, in das es dich verschlägt. Willst du für ein halbes oder ein ganzes Jahr nach Australien, brauchst du auf jeden Fall eine spezielle Langzeitauslandskrankenversicherung. In Frankreich zum Beispiel, was ja zur EU gehört, reicht für den Notfall auch deine deutsche Versicherung. Es kann aber sein, dass Extrakosten auf dich zukommen. So viel wissen wir schon. Du kannst bis zu deinem 23. Geburtstag in der Familienversicherung bleiben, sofern du unter der Gehaltsgrenze bleibst. Es geht sogar noch zwei Jahre länger, wenn du studierst oder eine schulische Ausbildung machst. Also bis zu deinem 25. Geburtstag. Bist du zu alt oder verdienst du zu viel, musst du dich selbst versichern. Und das kostet so um die 110 Euro im Monat. Okay, nun hast du eine Ausbildung gefunden. Wie läuft das jetzt? Ich habe mich wieder bei der Heimat Krankenkasse erkundigt. Machst du eine schulische Ausbildung, bei der du nichts bis sehr wenig verdienst, kannst du familienversichert bleiben. Das hatten wir ja vorhin schon. Die meisten von euch werden aber eine ganz klassische, duale Ausbildung machen. Sagen wir zum Kfz-Mechatroniker oder zur Industriekauffrau oder zum Verkäufer. Dann endet deine Zeit in der Familienversicherung. Du nimmst nämlich eine sogenannte versicherungspflichtige Beschäftigung auf. Du kannst jetzt also ein paar Wochen oder Monate vor Ausbildungsbeginn selbst aktiv werden und dir eine Krankenkasse suchen, die dir gefällt. Wenn die Ausbildung angefangen hat, hast du maximal zwei Wochen Zeit, dich zu kümmern. Oder du machst nichts und wartest darauf, dass dein neuer Arbeitgeber dich von selbst versichert. Der setzt sich nach den zwei Wochen mit der Krankenkasse, in der du bisher familienversichert warst, in Verbindung und regelt das. Also keine Panik. Es kann nicht passieren, dass du plötzlich ohne Krankenversicherung dastehst. Manchmal lohnt sich aber der Aufwand, ein paar unterschiedliche Krankenkassen zu vergleichen. Okay, das sagt sich so leicht. Eine Krankenkasse suchen, die mir gefällt? Und woher weiß man das? Bei der Wahl kommt es darauf an, was dir persönlich wichtig ist. Ist die Krankenkasse gut zu erreichen? Gibt es vielleicht eine Filiale in deiner Stadt? Legst du Wert darauf, dass die professionelle Zahnreinigung einmal jährlich komplett erstattet wird? Oder bietet die Krankenkasse ein Bonusprogramm an, mit dem du sparen kannst? Es lohnt sich total, einfach mal zu googeln oder einen Online-Vergleich zu machen. Die Heimatkrankenkasse zum Beispiel belohnt Kunden, die besonders auf ihre Gesundheit achten und etwa regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, zur Vorsorgeuntersuchung oder aufs Rauchen verzichten. Dafür ist zurzeit eine Prämie von bis zu 150 Euro drin. Außerdem bekommen Azubis eine Willkommensprämie, wenn sie sich für die Heimatkrankenkasse entscheiden. Es gibt auch Leistungen, die man bei jeder gesetzlichen Krankenkasse bekommt, weil sie gesetzlich vorgeschrieben sind. Zum Beispiel zahlt deine Krankenkasse dir Krankengeld, wenn du länger als sechs Wochen krank bist. Übrigens, es macht als Azubi noch keinen wirklichen Sinn, den Beitragssatz der verschiedenen Krankenkassen zu vergleichen. Dafür verdienst du einfach noch nicht genug, als dass es da einen großen Unterschied gibt. Da reden wir meist wirklich nur über Centbeträge. Am Anfang hatte ich ja kurz die private Krankenversicherung angesprochen. Es kann ja sein, dass deine Eltern privatversichert sind, vielleicht weil sie Lehrer oder Selbstständige sind. Dann bist du es als Schüler wahrscheinlich auch. Wenn du eine Ausbildung beginnst, ist es mit der privaten Krankenversicherung, abgekürzt PKV, erstmal vorbei. Es ist nicht möglich, als Azubi privat krankenversichert zu sein, weil du einfach zu wenig verdienst. Stattdessen wechselst du dann in die gesetzliche Krankenversicherung, die GKV. Such am besten schon mal ein paar Wochen vor Ausbildungsbeginn nach einer passenden Krankenkasse. Aber auch hier passiert der Wechsel dann automatisch, wenn du dich nicht selbst kümmerst. Dein Arbeitgeber wählt die Krankenkasse dann in der Regel selbst. Ich erkläre dir zum Schluss nochmal, was es mit den Sozialversicherungsbeiträgen auf sich hat. In der Sozialversicherung ist die Krankenversicherung mit drin. Und außerdem die Renten-, Arbeitslosenpflege- und Unfallversicherung. Als Azubi bist du Arbeitnehmer und zahlst automatisch in diese Versicherung mit ein. Aber nicht du allein. Du teilst dir die Kosten 50-50 mit dem Unternehmen, bei dem du arbeitest. Es gibt aber eine sogenannte Geringverdienergrenze, die bei 325 Euro liegt. Verdienst du so wenig, zahlt der Arbeitgeber die Beiträge komplett. Aber sagen wir mal, du verdienst als Azubi ganz gut und dein Bruttogehalt, also das Gehalt ohne Abgaben, liegt weit darüber, dann werden dir rund 20% abgezogen. Eben für die ganzen Versicherungen. Was übrig bleibt, ist das Nettogehalt. Wir haben zu dem Thema schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hinterm i. Das war es auch schon mit dem Überblick rund um das Thema Krankenversicherung. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt es in die Kommentare. Und besucht uns natürlich auf Ausbildung.de und Instagram. So, das war es erstmal zu diesem Thema. Aber wir haben natürlich noch viel mehr Videos und Playlists, die dir alle Infos und Tipps rund um das Thema Ausbildung geben. Schau am besten gleich rein und abonniere uns hier auf YouTube. Und natürlich auf Instagram.